Marco Fleischer, Firma Alt & Kälber. Wir haben den Fokus für diese Veranstaltung aufgelegt, Einkauf. Sie sehen, dass wir dieses Jahr noch 600 Millionen in Wohnimmobilien in Deutschland investieren wollen. Dazu suchen wir geeignete Partner vor Ort, regionale Partner und glauben, dass wir hier bei dieser Tagung eben diese Partner finden können über den IVD-Makler, die als Partner für uns geeignete Objekte bringen. Das heißt, Ihr Unternehmen macht was? Alt & Kälber ist vom Grundsatz her ein Dienstleister in der Wohnungswirtschaft. Wir bilden die gesamte Palette ab, eben vom Einkauf beginnend über Asset-Management, Verwaltung und vor allen Dingen auch den Vertrieb. Wir gehören seit zwei Jahren zu der Convert-Immobilien-Gruppe und für die Convert-Immobilien-Gruppe decken wir das komplette Deutschlandgeschäft ab. Unter anderem eben auch den Einkauf und wollen allein die Convert-Möchte dieses Jahr 200 Millionen hier in Deutschland weiter investieren. Zusätzlich sind wir für den wohnwirtschaftlichen Bereich der Exklusivpartner für die DWS, die im letzten Jahr den Wohnungsfonds mit uns gemeinsam aufgelegt hat, weitere in der Vorbereitung sind. Und auch da ist jetzt genau die Zeit zum Investieren.